Autounfälle passieren, in diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt, Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. Untertitelung des ZDF, 2020 Mein Name ist Kamal Afsay, wir kommen bei Car Race heute in 850i, V8, 4,4 Liter, gegen ein Alfa Romeo Giulia, wir haben X-Drive gegen Heckantrieb, mal gucken, wir haben natürlich auch mehr Gewicht, 530 PS gegen ein Giulia mit 510 PS Heckantrieb, aber ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das Duell ausgehen wird, wir fangen ohne Launch an und los geht's. Oh 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 3, 4, 5, 5, go! und los geht's das war ein guter Stad, oder? Geiler Wagen. Ich finde 8er Räher sowieso sexy. Der hält ja gut mit. Gibt es doch nicht. So Leute, jetzt machen wir das gleiche nochmal. Rally 50, 50 und los. Der hält trotzdem gut mit. Hätte ich nicht gedacht. Boah, der kommt sogar. Alter. Alter. Der hält gut mit. Das war das Rennen. M8 50 gegen den Alfa Giulio Quadrofolio. Sah so mal so aus. Der Alfa hat echt gut mitgehalten. Trotz des Alters. Allerdings. Ja, 850 muss ich echt sagen. Dafür, dass es eine Stufe noch unter den M8 ist. Hat er wirklich brutal gute Leistung. Komfort, alles mit in einem Paket. Also kann ich nur empfehlen. Und das war Car Race. Mein Name ist Kamal Abseleute. Danke fürs Fahren, mein Bester. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und bis dann. Ja, 귀laude. Wiebrechen. sharp. Because of die neue Bauch.